Wow, wir kriegen auch viel Weizen mittlerweile rein, muss ich sagen. Ja, man merkt, in der Mission ist es wieder ein milder Winter. Wundervoll, das Gerüst steht und das Fundament ist gelegt. Der Steinbruch ist nun im Besitz meines Herrn. Für eure Werte, Kathedrale, gibt es keinen Stein mehr. Oh nein! Die Schergen des Roten Prinzen haben den alten Steinbruch überfallen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie den Bau der Kathedrale behindern. Haltet sie auf! Ei! Ich setze die Segel! Bis zum nächsten Mal! Okay, darum müssen wir uns dann gleich kümmern, sobald wir uns um die Banditen hier gekümmert haben. Verstanden! 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 Auf euren Befehlen! Ei! Wie ihr wirklich! Schon unterwegs! Wir haben viele Schwert- äh, Fernkämpfer, die sie da haben. umpelum! Entschuldigung! Oh are you! so man gibt es gibt kein zurück in den kampf verstanden es gibt es leider aus ist Okay. Auf euren Befehl. Äh, Elias, du holst hier mal Steine. Ja, der Rote Prinz hat jetzt den Steinbruch mit ein paar Truppen in Beschlag genommen. Nicht genug Platz im Lagerhaus. Das ist doof. Äh. Das heißt, wir verkaufen Holz. Kaufen den Stein, damit wir das Lagerhaus ausbauen können. Und ja, das Gerüst der Kathedrale. Oh, das sieht schon mal recht schick aus. So, jetzt können wir uns aber auch langsam mal um unser Met kümmern. So. 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 Da kommt unser Stein an. Äh, wie Truppen habe ich jetzt noch? Äh, ich brauche noch einen Trupp Schwertkämpfer. Jetzt machen wir noch den Käfig hier kaputt. Die Räuber sind wir im Großen und Ganzen schon mal los. So, ihr Lais ist auch fast wieder gesund. Alles gut. Oh, der Käfig ist abgebrannt. Okay. Sehr gut. Warten wir darauf, dass das Schiff das nächste Mal den Hafen ansteuert. Dass wir noch mal uns was kaufen können. Während ich darauf warte, dass der Stein kommt. Dass wir das Lagerhaus ausbauen können. Naja, der Winter kommt mal wieder. Kein Kerl mit Ruhestoff und ist eingetroffen. So. Den Imker ausbauen. Und ja, hier können wir dann unsere Beetproduktion hinstellen. Und hier ein Badehaus noch. Das wird dann perfekt. Wie viele Truppen haben wir? Zwei? Ja, wir haben schon das Maximum, was wir gerade haben können. Da kommt unsere Armee. Den können wir jetzt weiter ausbauen. Wir haben jetzt schon Dezember. Wir haben 1. Dezember. Der Dezember muss erst rumgehen. Da kommt. Geben wir ein Fest. Alles klar. Das sollte ausreichen, um unsere Stärke etwas höher zu treiben. Ei. 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 Alles klar. Alles klar. Jawohl. So, da kommen sie angerannt. Alles klar. Ei. Alles klar. Setzen wir uns am Abend belei, ist aber ziemlich zu. Das haben wir auch schon gemacht. Danke für eure Hilfe. Jetzt können wir wieder im Steinbruch arbeiten. Kommt zu uns, wenn ihr Stein kaufen möchtet. Hurra! Die Arbeiter sind auf ihrem Weg zurück zu uns. Bald werden wir die Arbeit an der Kathedrale wieder aufnehmen können. Schön, dass sie in einem Gefängnis kamen, die Arbeiter. So, mal gucken. Hat er wieder... Ja, er hat auch wieder Stein. Da wollen wir uns auch gleich da den Stein. Na, jetzt müssen wir ordentlich Steine einkaufen. Gleichzeitig auf den... Darauf warten, dass der Sommer wieder anfängt, dass wir Honig kriegen. So, wie ist es denn, wenn du auch nicht so kurz vorst? So, wie ist es denn, wirst du Reden noch nicht? Dann ist das Mama auf dem Kopfschule. Das war's heute Morgen. So, dann machen wir ein ganzer Paakschule. So, Laulich, das war's, glaube ichín. So, ich werde... So, dann machen wir das in der wonderen. So, dann... So, die Armee kann mal hier sich ausruhen. So, Januar ist gleich rum. Nächstes Mal bringt er wieder Farbstoff und Gaukler und Medizin. Wäre auch nicht schlecht. Die produzieren gerade wieder Steine nach. Das ist auch gut. Wie sieht es bei uns aus? Was haben wir im Überfluss? Weizen eigentlich. So, verkaufen wir das mal an Gif. Ein bisschen Weizen. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Ja, wir kommen schon. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ah, das reicht aber noch nicht ganz für den Ausbau. Da brauchen wir immer noch den Karren hier. So, Farbe und Gaukler sind unterwegs. Und das Geld von uns ist auch unterwegs. Steine sind unterwegs, um unsere Burg ausbauen zu können. Der Februar ist gleich rum, damit wir endlich Honig beischaffen können. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, Bock kann ausgebaut werden. Wir kriegen Honig dann sauberein. Ja, von wegen. Da sind noch mehr als genug. Es ist komischerweise immer die Fehlermeldung beim Getreidebauer. So, habt ihr jetzt wieder... Ja, fast genug Steine. Dass wir wieder Steine kaufen können. So, jetzt fehlt nur noch der Honig. Für unser Met. Aber da sind unsere Honigsammler ja groß unterwegs schon. Der Gaukler ist in der Stadt. Mhm. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl. So, Diplomatie können wir wieder schließen und holen von überall her Stein. Ja. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Mhm. Das ist aber auch kein Problem. Die Eisenvorräte, die wir haben, sind gut. So, ein paar Tierkörper verkaufen wieder mal. So, dann würde ich sagen, kaufen wir hier noch unseren Stein. Und dann wird erstmal wieder gespeichert. Also ein Quicksave. Und dann mache ich jetzt wieder mal einen Cut. Das ist mal wieder soweit. So, speichern abgeschlossen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wiederholt. Untertitelung des ZDF, 2020